Grüezi, servus und hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist Ende des Jahres 2023 und diejenigen von euch, die sich noch an letztes Jahr ungefähr zur gleichen Zeit zurückerinnern können, die werden wissen, was es bedeutet, wenn ich jetzt hier auf diesem Stuhl vor diesem Kamin sitze. Und zwar geht es um die Favoritenprodukte des Jahres 2023, beziehungsweise Favoriten, unsere Lieblingsprodukte und auch unsere Empfehlungen an euch. Und der nachfolgende Videoteil, der wird so ein, zwei Minuten dauern, der wird übrigens bei allen Favoritenvideos jeweils identisch sein, den könnt ihr also auch überspringen, wenn ihr euch dann zukünftig die verschiedenen Favoritenvideos anschaut, denn dieses Jahr wird es kein langes Favoritenvideo sein, sondern ich habe es thematisch in sinnvolle Abschnitte gegliedert. Das, was ich vorweg schicken wollte, war folgendes. Letztes Jahr habe ich mich von Sebastian überschnorren lassen, dass ich jeweils ein einziges Favoritenprodukt pro Kategorie euch nenne. Obwohl ich euch ja schon letztes Jahr gesagt hatte, dass das eigentlich streng genommen Quatsch ist. Genauso muss man es sagen. Im Jahr 2023 ist es so, dass wir so dermaßen viele Marken, Hersteller und Produkte haben für jede einzelne Produktkategorie. Und in jeder einzelnen von diesen Produktkategorien muss man sagen, es gibt mindestens eine Handvoll, in der Regel sind es 20 bis 30 Produkte, die alle ungefähr auf einem Niveau agieren. Und deswegen finde ich es persönlich so schwierig, wenn wir über Favoriten, Lieblingsprodukte oder Empfehlungen sprechen, dass ich mich auf ein Produkt beschränken soll, wenn es so viele verschiedene gute Produkte gibt. Deswegen werde ich das dieses Jahr ein bisschen anders machen. Ich werde euch zwar schon meine persönlichen Favoriten nennen, da kann ich es meistens auf ein oder zwei Produkte herunterbrechen. Wenn es aber darum geht, welche Produkte ich euch in den jeweiligen Produktkategorien grundsätzlich empfehlen kann und ich da finde, dass es mehrere Produkte gibt, die alle ungefähr auf einem Niveau agieren, dann werde ich euch das auch genauso sagen. Und deswegen habe ich das Video dann aber auch in einzelne Schritte heruntergebrochen, weil dann würde es zu lange werden, wenn es nur ein Video wäre. In diesem Video wird es jetzt um Kunststoff- und Gummipflegen gehen. Gummipflegen, die Reifenpflegen nehme ich da aus, auf die bin ich im Video zu den Felgen- und Reifenprodukten eingegangen, das verlinke ich euch oben, falls ihr das verpasst hattet. Also Kunststoff und Gummi und zwar über das ganze Auto hinweg, das heißt innen, außen, Motorraum und auch sowas wie Gummileisten oder Gummifußmatten. Ganz, ganz schwierige Kategorie, weil hier muss man wirklich sagen, es gibt hunderte von Kunststoffpflegen, die das machen, was wir in erster Linie von der Kunststoffpflege erwarten. Wenn wir einen leicht ausgeblichenen, verkrauten Kunststoff haben, werden alle Kunststoffpflegen im ersten Moment eine schöne Auffrischung erzeugen. Sie werden den abdunken und sie werden den nachschwärzen. Und das ist das, was wir in der Regel sehen wollen. Aber es gibt gravierende Unterschiede dahingehend, wie gut oder wie lange diese Kunststoffpflegen, diese Auffrischungen aufrechterhalten werden. Und deswegen reden wir jetzt mal in dem ersten Schritt über die Kunststoffe im Außenbereich am Auto. Also, wenn ihr eine klassische Kunststoffpflege haben möchtet, das sind flüssige, sprühbare, manchmal vielleicht noch gelförmige Produkte, also keine Keramikversiegelungen, keine Wachse, da kann ich euch grundsätzlich extrem viele Produkte empfehlen. Ich habe es jetzt mal versucht für euch einzuschränken, auf die, die aus meiner Sicht zuverlässig und gut funktionieren. Sonax Plastic Care und Sonax Extreme Ceramic Kunststoffversiegelung, genauso wie der Sonax Kunststoff Detailer. Von den drei Produkten ist das Plastic Care und die Ceramic Kunststoffversiegelung die langanhaltenderen. Den Kunststoff Detailer mag ich extrem gerne, weil er unglaublich angenehm riecht und sich extrem einfach und schnell verteilen lässt. Es ist aber nicht das langanhaltendste Produkt, muss man ganz klar so sagen. Kochemi Nanomagic Plast Care und das Shiny Garage Jet Black, der ADBL Black Outer, das Nanolex Dressing Concentrate, Carpro Pearl, Innova KSC2 Dressing und auch der Polytop Neoplast. Die funktionieren alle auch ungefähr gleich gut. Klassische Kunststoffpflege. Ich persönlich, bevor ich zu irgendeinen von diesen Produkten greifen würde, manche von diesen verwende ich wirklich gerne, aber wenn ich wirklich an einem Auto arbeite, wo ich mir Zeit nehme und wo ich möchte, dass dieser Effekt, den ich erzeuge, auch lange hält, nehme ich jedes einzelne von den folgenden Produkten lieber. G&Trim, Carpro Deluxe, Liquid Elements EcoShield. Alles drei Keramikversiegelungen. Extrem langer Auffrischungseffekt, schöne Hydrophobie. Wenn ihr was Wachsförmiges haben wollt, Angel Wax Halo oder auch das Dodo Juice Tainted Black. Fantastische Produkte. Zu beiden hatte ich euch dieses Jahr, glaube ich, Videos gemacht. Die könnt ihr hier auf dem Kanal finden. Und dann ebenfalls ein extrem geiles Produkt, in flüssiger Form das Orderbrite Abyss. Und das sind die Produkte, die ich euch bei den Kunststoffpflegen für den Außenbereich empfehlen möchte. Wir bleiben beim Außenbereich und gehen jetzt unter die Motorhaube, also den Motorraum. Und falls ihr da Kunststoffe habt, vor allem diese typischen Kunststoffmotorabdeckungen. Schwierig, weil ich könnte euch jetzt sagen, dass sowohl Kochchemie, als auch Sonax, als auch Surfaces und ein paar andere spezielle Produkte genau für diesen Zweck haben. Und das sind Kunststoffpflegen, klassische Kunststoffpflegen, die halt für den Motorraum optimiert sind. Keines davon wird so lange halten und so gut funktionieren, wie eine von den vorher genannten Keramikversiegelungen. Auch hier wieder, wenn ich was möchte, was lange hält, nehme ich eine Keramikversiegelung auch im Motorraum. Und damit gehen wir jetzt zum Kunststoff im Innenbereich über. Da, also grundsätzlich, außer ihr habt es mit einem Produkt zu tun, wo der Hersteller euch explizit sagt, dass ihr es außen und innen verwenden könnt, würde ich euch davon abraten, Kunststoffpflegen für den Außenbereich im Innenraum zu verwenden. Es kann einfach sein, dass dort Lösemittel oder sonst was enthalten ist, was ausdampft und das wollt ihr nicht unbedingt permanent im Innenraum dann einatmen. Der Sonax Kunststoffdetailer zum Beispiel, der ist explizit für den Außen- und Innenbereich gemacht und gedacht und den kann ich euch da auch empfehlen. Grundsätzlich gefallen mir aber die folgenden Kunststoffpflegen für den Innenraum sehr, sehr gut. Das FX Protect Interior Dressing ist mitunter das, was mit Abstand am längsten hält. Das ODK Cabin, englisches Produkt. Sonax Plastic Care, auch wieder innen und außen. Der Sonax Tiefenpfleger in der Seiden-Matt-Variante, gefällt mir ein bisschen besser als die Glanz-Variante. Und der Dr. Wack Tiefenpfleger ebenfalls in der Matt-Variante. Und das sind die Kunststoffpflegen für den Innenbereich, die ich persönlich bevorzuge. Selbstverständlich werden auch alle diese Produkte auf einem gereinigten, ordentlich gereinigten Kunststoff besser halten. Wir hatten über die Kunststoffreinigung bei den Spezialreinigern schon gesprochen. Das Video verlinke ich euch hier oben, das könnt ihr euch dort gerne nochmal anschauen. Dann reden wir noch über die Gummipflege und in erster Linie mal über die Gummileisten, die wir überall am Auto haben. Dort habe ich effektiv drei klare Favoriten, nämlich den Sonax Gummipflegerstift, egal ob es jetzt der kleine Lippenstift mit Hirschthalk ist oder ob es die kleine schwarze Flasche ist. Die Petzolz Gummipflege und den Shiny Garage Seal Separator. Das sind die drei Gummipflegen, die ich euch da ans Herz legen möchte. Und für Gummifußmatten, eine ganz dringende Warnung, verwendet keine normalen Kunststoffpflegen auf Gummifußmatten und erst recht nicht auf Pedalen, bitte. Ihr habt dort das Risiko, weil viele von diesen Kunststoffpflegen enthalten Silikone und ihr habt dort das Risiko, dass die Fußmatten die Pedale rutschig machen. Vielleicht nicht mal unbedingt im ersten Schritt und wenn sie trocken sind, aber ich kann euch garantieren, sobald die Schuhe nass sind, werden 99% aller Kunststoffpflegen in der rutschigen Oberfläche überzeugen. Für mich gibt es ein einziges Produkt, das ist jetzt wirklich eine Kategorie, da gibt es nur ein einziges Produkt, das ich euch hier empfehlen kann und das ist das Cochemi Guff, G-U-F oder Gummifix. Wenn ihr Gummifußmatten pflegen, auffrischen wollt, dann empfehle ich euch das Cochemi Guff. Und das war es auch schon mit dieser Kategorie. Die war ein bisschen kompakter. Ich hoffe trotzdem, dass ihr jetzt wisst, welches meine persönlichen Favoriten sind und welche Produkte ich euch grundsätzlich empfehlen kann. Wenn das Video für euch hilfreich, aufschlussreich, spannend und interessant war, würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst. Unterstützt den Kanal auch gerne mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!